Los geht's! In diesem Part müssen wir Mopsi mal wieder jagen. So. Loll, ich hab ihn auch gekriegt. Wir kämpfen gegen den? Ja, krass. Okay, da ist der Münzzähler. Okay. Aber der Stab jetzt wieder... Ja, du Bastard, ey. Ich kann ihn nicht angreifen. Kann ich den gar nicht angreifen? Warte. Ja, ich muss jetzt die hier fertig machen. Bombenzerbi bietet sich da doch an. Ne? Stirbt. Sind die eigentlich auf meinem Level? Oder eher nicht so? Naja. So. Was mach ich da eigentlich? Ich hätte doch eigentlich den Ballon einsetzen können. Und sie killen können, aber... Naja, ich bin halt dumm, ne? Nein, ich hätte sie in einer Runde killen müssen. Ah, nee, da ist er. Lol. Okay, der haut doch nicht ab. Aua! Okay, wir haben beide Schaden gekriegt. Lol. Toll. So. Nice. Trio Squash, die haben nämlich nicht mehr... Ja, die haben... Was heißt nicht mehr? Die haben nicht so viel Leben und deshalb Trio Squash, ja. Aber wobei... 19... Sieht auch nicht so toll aus. So. Boom. Gut. Okay. Was macht der jetzt wieder? Aua! Krieg ich meinen Hammer wieder? Ja, ich glaub schon. Oder? Ja, hab ich. Okay. Gut. So. Aua! Irgendwie so... Ja, okay. Damit müsste es jetzt eigentlich erledigt sein. Komm schon. Ja. Okay. Ja. Boom. 104. Nice. Kämpfe ich jetzt gegen ihn? Ah, geil. Oh, Flatterkopter, Junge. Mopsi, ey. Dass ich in dem Spiel noch gegen ihn kämpfe. Aber damit wird wohl auch gesagt, du kriegst danach keine Attacken mehr von Mopsi. Du Spast. Und ja. Vielleicht kann ich ihn auch sofort killen, wenn ich noch... Toll kriege! Ich krieg nur Geld. Wieso das denn? Der nimmt keinen Schaden. Was? Was? Warte, was ist eigentlich die Mission? Hä? Indem du gegen Mopsi antrittst und dich mit ihm verbündest. Was? Was? Alles klar. Ah, jetzt müssen wir uns wohl mit ihm verbünden, oder? Anscheinend. Lol. Okay. Ja, geil. Der heilt uns einfach, der Typ. Der ist ja geil drauf. Okay. Trio-Shuriken. Ziemlich crazy einfach. Eben haben wir noch gegen ihn gekämpft. Und jetzt auf einmal verbünden wir uns mit ihm. Alles klar. So. Ne? So. Okay. Nice. Die müssen eigentlich auch relativ schnell tot sein, deshalb... Joa. Äh... Bam! So. Nice. Beide 185. Wie geil. Null. Knapp. Relativ knapp. Aua. Das gibt's nicht was für einen Betrug. Nein. Alter, ne. Warte mal. Wir haben doch gar nicht so viele Leben. Aber das hat er überlebt, ne? Wichser. Äh, Mann. Okay. Jetzt ist er tot. So. Was? Lol. Wir spielen jetzt mit Mopsi grüner Panzer. Oder roter Panzer in dem Spiel, ja. Wie geil. Und wir haben den dann durch noch umgebracht. Mopsi, du gehst ja voll ab. Ja, komm mit. Oh, Junge. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Scheiß? Lol. Dürü-dürü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Wer muss ich denn jetzt fangen, oder was? Wo ist denn der jetzt hin? Spass. Aha. Okay. Oh Gott, neue Gegner und dann noch mit Mopsi. Ob das gut... Nein. Nein, ob das gut laufen kann. Oh nein. Okay, aber wir fangen schon mal an wieder... Ja. Viel Schaden machen wir. Das ist der Kettenhund aus Dickerstar, haben die so importiert. Lol. Mopsi, was suchst denn du da? Oh nein. Ja, genau. Wenn sie sich Paper machen, einfach so umdrehen und ich keine Ahnung von nichts habe, funktioniert das auf jeden Fall ziemlich gut. Ich mache einfach mal Trioschurik hin, obwohl ich keine Ahnung habe, was die machen. Aber mir egal. So. Ja, 15. Okay. Gut. Das ist nochmal eine ziemlich verrückte Mopsi-Mission, Alter. Wirklich. Sterb. So. Ja, die Hunde leben natürlich alle noch, ne? Ist klar. Okay, der flüchtet. Das gefällt mir. Das gefällt mir ziemlich gut, dass der flüchtet. Ich mache einfach mal Kugelnstoßen aus irgendeinem Scheißgrund. Frag mich nicht, warum. Oh mein Gott. Bam. Nice. Nice. Das war irgendwie cool. So. Ja, ich glaube, ich kille jetzt einfach mal den Shy Guy, weil er die Kettenhunde da an der Hand hat. Und vielleicht gehen sie dann irgendwie ab und flüchten. Ich weiß es nicht. Hoffentlich passiert keine Scheiße. Ich gehe jetzt einfach mal auf den Shy Guy, weil die nehmen eh sehr wenig Schaden. Bam. Und noch ein Toll. Also wenn der nicht tot ist, doch ist er. Ja, okay. Okay. Wenn die, wenn man den Shy Guy umbringt, dann laufen die weg. Okay, weiß ich jetzt auch, ne? So. Das ist einfach mal voll behindert, die Mission. Sind wir jetzt da, wo wir auch angefangen haben, oder was? Ja, ist ja ein richtiger Betrug. Okay. Und nochmal. Äh, Mopsi. Okay, alles klar. Ja, was denn? Achso, cool. Ah, diesmal spiele ich Luigi. Und nehme Schaden. Und habe das verkackt und bin einfach nur schlecht. Wenn die so oft antäuschen. Ich weiß noch nicht mal, was das für Gegner sind, Junge. Sorry. Oh mein Gott. So. Eine Bartbohne. Cool. Betrug. Spast. Nein, Alter. So, ich brauche jetzt dringend ein Item. Ja, ich brauche eigentlich einen Wunderpilz. Ja. Wie viel heilt denn der? 160, okay. Und der braucht er hier einen Wunder-Sirup. Wie viel gibt denn der mir? 80. Nice. Ich habe mich gerade geheilt, aber okay. Oh Mann. Okay, der führt's. Was? Nein, Mann. Ich hasse dich. Ich hasse den so sehr. Trio Schuriken. Oh Mann, ey. So. Okay. Gut. Vielleicht töte ich dadurch schon mal den Shy Guy-Typen. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn ich das tun könnte. Bam. Wir sitzen schon den ganzen Part lang an dieser Mopsi-Mission, ey. So. Aber der ist natürlich nicht tot, ne? Nein. Wozu auch? Ah. Wir spielen nochmal roter Panzer. Okay. Gut. Was? Für. Ein. Scheißbetrug, ey. Mann. Jetzt hat er jetzt den geheilt, oder was? Ist ja voll der Sche... Okay. Ich war zwar auf seinem Kopf, aber wenn der meint, nö, dann sorry, ey. Ja. Okay. Auf den und dann mit der Rakete ziehen wir noch die anderen in den Dreck, ne? Ja, der müsste tot sein, ey. Ansonsten hat er doch echt gelitten. Wie hart hat der gelitten. Wie hart hat der gelitten. Und die anderen sollten mal auch sterben, ey. Okay. Nice. Ey, die müssten jetzt hier... Also die beiden Boxer und der Shy Guy, die müssten doch jetzt sterben. Ja, tun sie. Okay. Ja, der eine Boxer nicht, aber die... Der... Shy Guy ist wenigstens tot. Okay. Nice, Mopsi. Lol. Wieder abgeht's. So. 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 Oh, Gott sei Dank. Muss ich jetzt gegen Mopsi kämpfen, oder was? Ja, anscheinend. Der greift mich ja an. Ne, der wirft Münzen. Oh, mein Gott, Junge. Oh, mein Gott, Junge. So. Da pennst du, ne? Ja, da pennst du. So. Ich weiß echt nicht genau, was man hier in dieser Mission machen soll. Aber ich mach einfach mal, wie es passiert, ne? So. Ballonplatz. Also, ich wette, dann krieg ich die letzte Attacke von Mopsi für Luigi. Ja, so wird das wahrscheinlich sein. Weil bei Luigi fehlt da noch einer. In diesem Inventar, wenn man die Spezialattacke auswählen möchte. Ich sollte mit dieser Attacke nicht reden, sonst passiert genau sowas. Genau sowas passiert dann. Okay, war eigentlich ganz okay. Noch rechtzeitig geschlagen, ey. Hätte jetzt keinen Bock, dass der Hammer einfach weg ist. Okay, so. Aber. Na super. Na super. Mann, was passiert denn hier gerade für einen Scheiß? Was? So. Ja, Luigi ist, glaube ich, tot, wenn, falls er ihn jetzt angreift. Ich wette, das passiert, weil das Spiel Betrug ist. Ne. Hä? Hä? Was? Betrug? Nein. Das kann nicht sein. Nö. Okay. Gut. So. Der ist tot. Und du stehst auch endlich mal auf. Was willst du denn jetzt von uns? Mopsi Level 36. Alles klar. Ich greife dich mal mit Trio-Squash an. Mal gucken. Ja, der nimmt aber keinen Schaden. Was ist das denn? Für ein Gegner. So. So. Bam. Ah, Gott. Ach so, jetzt ist er pleite. Und da ist seine letzte Attacke. Ja, ich wusste es. Ich habe extra Trio-Squash genommen. Damit er so viele Treffer wie möglich abbekommt. Du hast die Peach-Handschuhe erhalten. Du hast die paar Attacke Mega-Hammer erhalten. Und das ist die letzte. Du hast 302 Münzen. Okay. Oh mein Gott. Einfach die ganze Mission lang diesen Shit hier. Wir haben noch übrigens eine weitere Hose nicht ausgecheckt. Oh boah, boah. Ich bin jetzt mal hier fertig. So. Machen wir das bei Ausrüstung. Peach. Oh. Ob sie die Beute fangen. Was? Voll schlecht, ey. Eisenhose. Äh, erhöht Verteidigung, sobald du Schaden erleidest. Die geben wir Mario. Ja. So ist das. Okay. Ja. Da ich den Part einfach noch nicht beenden möchte. Goldstatue. Schauen wir uns später an. Aha. Wir haben doch noch einen Schalter in diesem Part gefunden. So, ja. Und dann ist auf der Seite bestimmt da der letzte. Ja, so wird's wohl sein. Dann kämpfe ich jetzt gegen den hier noch. Dann schauen wir uns die Goldstatue an. Und dann ist der Part vorbei. Genau so läuft das hier. Genau so. Okay. Kurz. So. Stirb. 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 Okay. Waren eigentlich sogar relativ viele tolle Treffer dabei, oder? Ich glaub schon. Ich glaub schon. Bam. Stirb. Oh, beide. 221. Lull. So. So. Äh, verbiss dich. Gott. Okay. Nice. Ich hab zum ersten Mal geschafft, dass es diese gefährliche Attacke da kommt. Letztere. Ja, nice, ey. So. Oh, Luigi ist sogar level up cool. Ja, und wenn wir ein paar Level drüber sind. Äh. Beim Kampf. In die Chucks. Was soll's? Gut, da geht's zwar wieder raus, aber ich hab irgendwie keinen Bock. Ähm. Ähm. Ausrüstung. Goldstatue. Ah, hier. Was macht ihr denn? Erfüllt keinen echten Zweck, kann aber am Laden zu Münzen gemacht werden. Boah. Die Statsen halt dann am Arsch. Na, 51. Minus. Nein. Okay, gut, Leute. Dann würde ich sagen. Das war's. Wir machen die Paper Jambross. Wir haben alle. Attacken. Obwohl. Ich möchte noch den Mega Hammer üben. Ich möchte jetzt hier noch den Mega Hammer üben. Zum ersten Mal benutze ich die Tipps, ey. So. Mega Hammer. Drücke jedes Mal, wenn Luigi aufstampft, B. Warte, erstmal Demo. Okay. Okay, er stampft immer auf diesen Platten auf. Das fällt mir auf. Drücke jedes... Ah, ist so, noch nicht vorbei. Cool. Lol. Drücke jedes Mal, wenn Luigi stampft, äh... Um so richtig schon zu bekommen. Drücke im richtigen Moment A. Okay. Das steht da aber, ne? Ja, okay. Warte mal. Üben. Wir üben das jetzt hier einfach noch im Part. So. Nice. Nice fett geworden. Gar nicht so schwer. Betrug. Aha. Ich werde auch den Mega Hammer nie hinbekommen. Glaube ich. Naja, war das erste Mal, ne? Bam. Ich hab doch A gedrückt! Nochmal. So. Aber es wird besser. Es wird besser. Es wird besser. Okay. Nice. Ich kann's. Ich kann den Mega Hammer doch. Okay. Gut. Gut, Leute. Das war's jetzt aber wirklich vom Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Part. Mario, Luigi, Paper, Jambros. Tschüss. Tschüss.